Ja, das ist jetzt irgendwas, das en vore kommt. Ich weiss nicht, ist es, weil wieder der Winter kommt? Ich glaube, jetzt gibt es ein paar Monate Pause und etwas tiefere Kurse. Dann geht es wieder vergessen und dann taucht wieder einer auf und sagt, hey, und dann geht es wieder los. Ja, diesen Punkt sollte man dann nicht verpassen. Hoi Ramon, vielen Dank, dass du zum Börsenest besser gekommen bist. Hallo Roland, freut mich hier zu sein. Gut, jetzt gerade die erste Frage. Womit hat man während der letzten Wochen an der Börse Geld verdient? Die letzten zwei Wochen waren schwierig. Ja, so einfach ist es ja nie. Nein, aber dieses Mal gingen Bonds runter, Aktien runter. Verdient war ja die Frage, hat man mit Ölaktien? Und überraschenderweise, der SMI hat sich gar nicht schlecht geschlagen. Ganz leicht im Plus. Was ich auch gehört habe, das hast du mir vor der Aufnahme erzählt, Uran, dass da viele Private mit Uran-ETFs handeln. Ja, das ist jetzt irgendwas, das en vore kommt. Ich weiss nicht, ist es, weil wieder der Winter kommt und man wieder Energie oder Ölpreis steigt. Und die Aktien und die ETFs, die sind sehr volatil und das lieben scheinbar Privatanleger. Ja, klar, die wollen zwar langfristig investieren, aber am liebsten sofort gewinnen und so. Wie alle. Ja, das stimmt eigentlich auch. Gut, vielleicht jetzt mal zur ersten grösseren Frage. NVIDIA, das war ja jetzt dieses Jahr zumindest mal zweites und drittes Quartal. So ein Börsenstar hat sich verdreifacht mit dem Thema KI auf dem Rücken. Und jetzt haben wir aber seit vier Wochen einen 17-prozentigen Kursverkauf gesehen. Denkst du, die kommt nochmal? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiss es nicht. Kann sein, dass nochmal sein Anstieg folgt. Aber ich meine, die Fundamentalisten, die sagen ja, dass NVIDIA extrem teuer bewertet ist. Ja, ich meine, teuer bewertet, jetzt mit den Gewinnzahlen, die sie ausgewiesen haben, ist sie dann wieder weniger teuer geworden. Die Frage ist, werden sie diese Gewinnsteigerungen über die nächsten Quartale weiter liefern? Oder waren jetzt Doppelbestellungen ein Thema und jetzt am Schluss kommt dann nur noch 20% Wachstum oder 10% und dann, glaube ich, ist die Aktie bald wieder bei 300? Also würdest du jetzt da irgendwie noch kaufen? Nein. Ja oder nein? Nein. Für den Moment bin ich Zuschauer bei dieser Aktie. Also ich glaube auch, dass die wirklich durch ist. Aufgrund der Strukturen, die man da in der Kursgrafik sehen kann, sieht es so aus, als wäre die Bewegung, also das geht immer, es gibt ja langfristige Bewegungen, dann Teilbewegungen, aber die, die da im Oktober vergangenen Jahres gestartet ist, das wäre jetzt einfach mal durch. Und ich glaube, also jetzt gibt es so ein paar Monate Pause und etwas tiefere Kurse, dann geht sie wieder vergessen und dann taucht wieder einer auf und sagt KI und dann geht es wieder los. Ja, diesen Punkt sollte man dann nicht verpassen. Ja, genau. Gut, dann auf deinen Wunsch hin, habe ich ja noch kurz vor dem Video jetzt Arista eingebaut. Ja, Arista ist von mir aus gesehen eine sehr interessante Aktie. Die meisten Leute kennen es vielleicht noch unter Heestand. Die machen Brot. Ja, die Brötchen. Die Brötchen. Und zwar alles ist gefroren. Das liefert man an die Verkaufsstelle. Dort wird es aufgebacken. Und somit ist das Brot immer frisch. Und ich meine, man braucht sehr wenig Platz als Verkäufer. Und ich glaube, was da wirklich früher halt jetzt vergessen gegangen ist, dass die Firma früher wirklich mal erfolgreich war, wurde dann ganz stark überschuldet durch Aufkäufe vom Management auf der ganzen Welt. Und dann ging die Aktie wirklich fast Konkurs. Und dann kam… Also die Firma, ne? Die Firma, ja, sorry. Und dann kam das alte Management, der Jordi Beckerson, kam zurück. Ah, okay. Und hat jetzt mit seinem CFO zusammen, den ich wirklich nicht als Finanzmensch kenne, sondern der kann auch wirklich arbeiten mit Verbesserungen. Und die haben jetzt das wirklich geschafft, dass sich die Aktie verdreifacht hat. Und ich habe jetzt die getroffen an der Investora. Und dort hatten sie einen Stand, wo sie all ihre Produkte den Leuten gegeben haben, um zu versuchen. Und da hat es wirklich Sachen darunter, die sind ja raumhaft vermessen worden. Aber auch nicht mal ein frisches Brot. Das ist ja gut, oder? Und da hat es jetzt wirklich Schokoladengipfel, Käsküchlein. Und ich habe mich dann mit dem Verkäufer dort unterhalten. Und der hat mir dann erzählt, wie das Geschäft laufe. Und der hat mir gesagt, es laufe unglaublich gut in Zürich. Und zwar, Hauptgrund, die Ausländer, die können wegen hohen Transportkosten nicht mehr so günstig in die Schweiz liefern. Und jetzt, so wie es klingt, sollte das Geschäft mindestens in der Schweiz sehr gut sein. Management bei der Präsentation hat auch erzählt, dass es gut laufe. Kommen am nächsten Montag mit den Zahlen. Und ich würde erwarten, dass die Zahlen gut sind. Aktie hat schon einen Riesensprung gemacht. Aber ich denke, da liegen nochmals 10 Prozent drin. Also wir haben die ja vor etwa vier oder fünf Wochen auch analysiert gehabt. Ich kann das vielleicht darauf zeigen. Diese A, B, C, das ist typisch für eine Korrektur. Diese Marke, wenn man die sieht, also bei uns in den Großgrafiken, A, B, C. Und beim C ist es dann fertig. Und das war eigentlich die Ausgangslage. Wir haben da eigentlich fast auf dem Tiefpunkt. Ja, ja, richtig. Also ich glaube 1,33 war dann plus das Tief oder sowas. Aber ich meine, das ist ein Monat her. Und das hat mich natürlich in meiner Meinung ... So sieht es jetzt auch. Genau. In meiner Meinung noch bestärkt, dass man da wieder kaufen soll. Und jetzt hat sich an und für sich alles mehr oder weniger bestätigt. Jetzt sehen wir einfach, dass er noch nicht über 1,60 hinweg gekommen ist. Wenn das aber noch passiert, wenn man den längerfristigen Chart nimmt, dann liegen dann nochmals definitiv ein paar Prozente drin. und ich glaube einfach, weil das Management jetzt über Jahre jetzt gezeigt hat, seit sie wieder am Ruder sind, dass sie an und für sich immer wieder besser abschliessen, irgendwann kommt der Markt und wird die Aktie wieder auf Bewertungen im Vergleich zu anderen Firmen, die wie EMI oder dann gibt es da Backfirmen in den USA, die sind einfach irgendwie 30, 40 Prozent höher bewertet. Und ich glaube, da hat es einfach noch Potenzial. Gut. Also wir haben ja vergangene Woche auch eine neue Expertise herausgebracht. Unter dem Video, in der Beschreibung, findest du einen Link, wo du diese Expertise auch dir anschauen kannst. Gut. Gehen wir weiter. Seitwärtsgeruf. Ja, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Es geht einfach seitwärts. Ja, also ich meine, das ist schon verwunderlich. Obwohl ja immer wieder man gehört hat, es steigt nur pausenlos. Also ich meine, die Fakten sehen etwas anders aus wie die Worte. Und das ist der SMI. Jetzt, wenn man zurückschaut, eineinhalb Jahre. Eigentlich ist es da, wo er im Oktober 2021 war. Versteigt und steigt, sieht diese Kurve hier etwas merkwürdig aus. Ich meine, DAX, Eurostox 50, eigentlich dasselbe Bild. Wir sind dort, wo wir im Oktober 2021 gewesen sind. Und S&P 500, wo ja die Leute extrem bullish drauf waren, erstaunlicherweise auch da, sehen wir eigentlich das Bild. Es ist runtergegangen. Da hat man gesagt, das ist die Ukraine. Aber die Ukraine läuft ja immer noch. Und dann ist es aber wieder trotzdem raufgegangen. Irgendein anderer Grund. Oder Gründe findet man ja immer. Also, Ramon, wie lange geht es noch zeitgleich? Ja, wenn du mir diese Frage beantwortest, dann kriegst du nicht nur zwei, vier, sondern drei. Aber ich meine, das ist halt einfach diese Perception. Ich meine, wenn man jetzt den Chart anschaut, das ging ja runter. Ja. 22. Ja. Und jetzt im 23 wieder hoch. Ich meine, an und für sich, ja, jetzt im Nachhinein, klar, verkauft man anfangs 22, kauft Ende 22 und verkauft jetzt wieder. Und das wäre der Trade gewesen. Aber, ich meine, häufig sind ja die Leute dann dabei und dann geht es runter und irgendwann hat man dann genug und dann verkauft man und dann geht es noch ein bisschen runter und dann irgendwo wieder hoch und irgendwann steigt man dann wieder ein. Aber leider, meistens dann ein bisschen spät und das ist, denke ich, ist auch hier wieder der Fall. Ich denke, häufig sind die Leute dann irgendwo Mitte Jahr wirklich wieder eingestiegen. Wenn sie richtig heiss gemacht werden von den Medien. Größenberichten, ja genau, die neue Hochs und so berichten. Ja, ich meine, das ist wirklich halt das Ganze, wie es läuft und jetzt kommen langsam die Stimmen, die die Fragen haben, ob der Markt nicht wirklich ein bisschen hoch sei. und das wird sich dann zeigen, ob jetzt diese üblichen Rückkopplungseffekte. Genau, genau. Ja, also jetzt vielleicht dein Tipp, wenn wir den nächsten Börsen-SPS raufnehmen in einem Monat. Ja, du gehst ja noch in Urlaub und da Monat. Ich würde sagen, wir sehen es nochmals tiefer und dann muss man sich es nochmals anschauen. Ja, aber wie viel Tiefe? Ja, ich sage jetzt, gehen wir aggressiv vorher und sagen S&P 4000 oder 3900. Gut, gut, wir sind mal gespannt. Also was ja irgendwie mir persönlich und ich glaube auch vielen anderen Leuten ein Rätsel ist, überweg gesprochen von Rezession, schlechter Wirtschaft, die Zahlen, also wenn man da jetzt anschaut, vielleicht kannst du mal erklären, PMI, was das heisst. Ja, PMI, Purchasing Manager Index, Umfrage, die bei Geschäften gemacht wird. Frage ist, wie läuft das Geschäft und wie sehen sie Auftragseingänge, wie sehen sie das Geschäft in drei und sechs Monaten. Gut, aber Unternehmen haben ja immer gekriegt. und darum ist eben eine Umfrage, aber die Historie zeigt, dass an und für sich dieser Index so ein Leading Indicator für etwa drei bis sechs Monate für die Wirtschaft wirklich nicht schlecht ist. Also im Voraus, das ist der Voraus. Genau, und 50 ist die Nulllinie, bei 50 kein Wachstum, aber auch kein Rückgang und jetzt sind wir da schon längere Zeit in den USA um diese 50 rum, ein bisschen darunter. Ich glaube, das sieht man auch bei anderen Zahlen, es hat sich alles ein bisschen abgeschwächt, außer die Arbeitslosenrate, die immer noch tief ist. Und ich meine, dasselbe sehen wir Europa, ich meine, da ist vor allem Deutschland, das ja, ich glaube, jetzt jeder weiss, dass Deutschland nicht gut läuft und da Probleme sind und überraschenderweise jetzt die letzten Daten von letzter Woche, Deutschland hat sich ein bisschen erholt. Frankreich hat vor allem wieder schlecht abgeschnitten, darum Europa nochmals ein bisschen schlechter, aber ich meine, dort weiss man, dass es nicht gut läuft. Aber was mich ja erstaunt hat, ich meine, du hast irgendwie das Gefühl, das geht an irgendwie da hinten vorbei. Ja, ist so. Und wenn ich jetzt die Schweiz anschaue, die sieht ja am allerschlechtesten aus, von Zahlen her. Das ist definitiv so und ich meine, ich muss sagen, den PMI Schweiz schauen die Leute auch nicht häufig an und ich schaue ihn auch nicht so wirklich an. Aber als ich den angeschaut habe, habe ich auch gedacht, ja, aber ich meine, wo ist denn jetzt dieser Indikator? Ich meine, der geht jetzt ja seit, ja, 22 immer nur runter. Und ich meine, ich habe das Gefühl, in Zürich, also dort ist immer noch alles Restaurant voll. Ja, alles, genau. Ich muss schon sagen, ich komme ja vom Land drausen, von Frauenfeld und dort ist schon ein bisschen anders. Aber dort war es immer anders. Also die Restaurants sind halt nicht immer voll. Aber trotzdem, an und für sich, mit all dem, was abgegangen ist, sollte sich die Wirtschaft dann auch in der Schweiz ein bisschen verlangsamen. Ja, ich meine, es ist wirklich vorausschauend, oder? Wenn du gefragt wirst, wie siehst du deine Geschäftstätigkeit in ein paar Monaten? Das heisst eigentlich, wenn du negativ bist, du bestellst nichts mehr, du investierst nichts mehr und das dauert halt, bis das Vanegro Effekte zeigt, draussen. Richtig. Und zuerst, wenn du nichts mehr bestellst, kannst du dann auch ein Bier oder einen Kaffee trinken, gehen ins Restaurant und interessieren. Gute Idee. Genau. Ja, jetzt dein Lieblingsthema. Jetzt kommen wir zu den Tonis. Tonis wie die Metzgerei da. Nein, nein, wir haben nichts mit der Metzgerei zu tun. Ja, ich meine, wir haben das letzte Mal versprochen, dass wir diese Aktie anschauen wollen. Das ist einer dieser Schlafbande, einer dieser Figur. Tonis, muss man sich vorstellen, ist einem für sich, für Kinder zwischen zwei und sieben, acht Jahre. Ja. Ist eine Box, die ist zwölf auf zwölf Zentimeter und man legt eine Figur drauf und dann erzählt die einem eine Geschichte. Wir haben früher Kassettenrekorde gehört. Das ist ein bisschen wie eine Börse, oder? Ja. Sie haben einen Money oder so einstechelt und dann erzählt eine Geschichte. Und die Firma ist jetzt seit zwei Jahren an der Börse. Am Anfang riesen Hype darum und nachher kam dann ich sage jetzt der Absturz und zwar nicht, weil die Firma weniger gut gearbeitet hat. Nein, sie hat eher besser gearbeitet, aber Leute haben einfach zu viele Aktien gekauft und haben dann Redemptions gehabt in Fans und das dauert immer noch an. Zu gross die Gier. bei Angeo. Genau, genau. Sagen wir mal, sind das die WLAN-Antennen oder so, die man da sieht? Nein, das ist die Figur Tonis, ihre Originalfigur hat solche Ohren und jetzt sind sie in den USA gestartet und haben mit Walt Disney, darum König der Löwe, haben sie einen Vertrag abgeschlossen, müssen denen ein bisschen was bezahlen, dass sie die Figuren nutzen kommen. drücken sich ordentlich ab. Ja, das ist überraschend. In den USA zahlen sie weniger als in Deutschland und darum denke ich, dieser Deal mit Walt Disney, das ist so etwas Wichtiges und das andere Wichtige waren eben diese Schlaffiguren. Sie haben festgestellt, dass Kinder am Abend Geschichten hören, haben wir auch immer gemacht und jetzt haben sie diese Schlaffiguren selber entwickelt, darauf müssen sie ja nie mit dem was zahlen, sprich die Marken sind halt dann noch besser und sie haben jetzt auch eines mit Licht, so ein Ton ist, das dann noch hell gibt, weil kleine Kinder haben es gern, wenn es im Zimmer noch ein Licht brennt und diese Figuren sind meist ausverkauft, darum das Geschäft läuft, Aktienpreis nein, ich sehe… Ja, das sieht jetzt also nicht so… Nein, ist auch im Sidewärts-Croove, aber da würde ich jetzt meinen, sollte die nächste Bewegung nach oben und nicht nach unten sein, aber ich denke, es ist das Allerwichtigste ist wirklich, und es war im Schweizer Fernsehen, war gerade letzte Woche eine Sendung, die gezeigt hat, dass zu viel Bildschirm, vor allem für kleine Kinder, sehr, sehr schädlich ist und ich glaube, das ist das grosse Problem, die Leute, die kleine Kinder haben, wollen an und für sie nicht, dass die Kinder Fernsehen schauen, zu viel natürlich, ein bisschen schauen ist okay und da hat man jetzt etwas mit der Geschichten hören, mit der Figur spielen gleichzeitig, das passt 100% in die heutige Gesellschaft. Also wenn ich dich jetzt so höre, also du bist da investiert, oder? Ich bin da investiert, das ist definitiv so und ich meine, ich würde sagen, die Analysten haben die meisten Preisziel von etwa 10 für die nächsten 12 Monate, aber das… Das wäre eine Verdoppelung. Das wäre eine vor einem Jahr hätte ich das auch gedacht, weil das Geschäft läuft wirklich besser, aber der Aktienmarkt, der scheint das überhaupt noch nicht zu interessieren, aber manchmal braucht es ein bisschen Geduld und es wird sicher sehr entscheidend sein, ob dieser Start in den USA weiter so stark gelingt, wie er gelungen ist. Bis jetzt haben wir einen Wachstum von 150-200% und das Nächste ist Deutschland, ihr grösster Markt, war auch immer noch im Wachstum, aber da hat man natürlich ein bisschen Angst mit dem, was wir vorbesprochen haben, dass da die Leute kein Geld mehr haben. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja ihre Geschichte. Man kauft diese Box und dann kauft man Figurchen dazu. Eine Figurchen kostet 16 oder 17 Euro. Gut, aber da müsste man eigentlich auch die Aktie dann irgendwo kaufen, damit die ansteigt und nützt ja alles nichts. Wir haben es gesehen. Was denkst du, wenn wir jetzt das nächste Mal zusammensitzen? In einem Monat, da ist noch nicht viel passiert von den Zahlen her. Trotzdem würde ich sagen, wir sollten dann wieder bei fünf oder darüber sein. Nach den nächsten Zahlen, die dann im November kommen, würde ich dann einen Ausbruch auf sechs Euro erwarten. Wo? Okay, wir sehen es. Aber jetzt die andere Frage, Swatch Group. oft diskutiert, wenn wir mal anschauen, was hat die gemacht, jetzt seit Mitte März erheblich verloren, über 30 Prozent im Minus, würdest du die jetzt kaufen? Ja, ich würde sie sicher eher wieder auf die Käuferseite gehen. Ich meine, wenn wir den Chart anschauen, ich meine, der Anstieg war ja alles Reopening China. hat man gedacht, die Chinesen, die reisen wieder herum, kaufen alles zusammen und jetzt sieht man, dass das nicht der Fall ist, jetzt geht alles wieder zurück an den Start. Aber ich meine, das sieht man jetzt wieder mal. Bei den Argumentationen hört man ja oft dann irgendwie fundamentale Begründungen und hier ist es einfach eine Erwartung, völlig unbegründet in dem Sinn, weil es ist gar nicht geschehen, was man erwartet hat, aber die Erwartung selber hat eigentlich gereicht, um die Kurs anzutreiben. Mit Wirklichkeit hat das ja dann nicht viel zu tun gehabt. Nein, aber das ist ja das, was du richtig sagst. Es ist einfach eine Frage Käufer und Verkäufer und da auf einmal war die Überzeugung, dass das sicher der Titel ist oder einer der Titel, die man für ein Reopening von China wieder kaufen sollte. Ich meine, Richtmon gehört in die Gruppe und alles. Und jetzt irgendwie ist das alles vorbei, vergessen. Was hörst du so, was sagen die Leute so über das Watch Club? Extrem wenig. Ist jetzt irgendwie wieder vergessen. Das sage ich immer gut, oder wenn das Publikum schweigt zu einer Aktie, kann sie nur wieder entdeckt werden. Richtig. Braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber ich meine, das ist ja sowieso auch eine Aktie, die mit ihrem CEO auch polarisiert. Teilweise seine Bemerkungen sind teilweise halt nicht hilfreich und er ist bekannt als Optimist und man glaubt ihm nicht immer alles. aber ich meine, trotzdem seit ich weiß nicht wie viele Jahren am Markt grundsätzlich würde ich sagen, Schweiz wird schon auch weiterhin als Uhrenland gesehen und Swatch ist sicher einer der größten Produzenten. Also wir sehen uns hier in vier Wochen wieder. Ja. Besten Dank, Roland. Ich wünsche dir schöne Ferien. Es sind nicht Ferien, also ich bin geschäftlich unterwegs. Sorry. Gut. Gute Zeit. Dankeschön. Tschüss. Ciao, Roland. Ich bin ja gespannt, wie du zu diesen beiden Aktien stehst. Würdest du Tonjes kaufen, Swatch Group? Schreib doch das unten in die Kommentare rein. Wir nehmen dann beim nächsten Video auch darauf Bezug. Vielleicht hast du auch einen Favoriten, den wir dann uns gemeinsam anschauen sollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg an der Börse und eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen.